Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen. Auf der Suche nach Buch, motorentechnischerweise und heute ohne Kamera. Kabin ist nämlich flach. Alter, ich sehe aus wie ein Fregel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Schnupfen, husten, wirklich schon den ganzen Tag im Bett. Also heute mal ohne Kamera. Ist ja auch nicht schlimm. So, wie ihr sagt, wir besuchen jetzt bloß noch Buchlein für gewisse Motoren. Dann bin ich hier komplett falsch. Jo. Bin ich ja mal gespannt, ob wir da mal zusammenkriegen. Niedes Nahrung. Dit ist ja Nahrung. Es wäre so schön, wenn wir da zusammenkriegen würden. Also nicht zusammenkriegen, sondern ein Buch kriegen würden. Dann könnte der Kabin nämlich auch... Ach du Kacke. Stimmt ja, Benzinmangel war ja auch so ein Ding. Dann könnte der Kabin nämlich auch ein Töv-Töv bauen und so, ne? Motorisierung mäßig. Dat wäre ja ans Gut. Mit dem Fugel da oben. Macht der Tai Chi oder wat? Sehr merkwürdig. Ich glaube, der muss runtergeholt werden. Würde ich jetzt so sagen. Der sieht nicht mehr gesund aus. Und ich weiß, von was ich rede. So. Ja gut. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Stadt rin. Gut, wir haben aber nur 19 Uhr. Dat schaff ich schon. Dat schaff ich schon. Ich kann aber noch nicht sagen, wie lange die Folie wird. Also, es könnte sein, dass die vielleicht ein bisschen kürzer wird oder so. Ich weiß noch nicht mal, ob ich morgen noch eine Folie machen kann. Weil ich bin nämlich im Rückstand. Eigentlich müsste ich heute aufnehmen für die ganze Woche. Aber leider kam der Kabin dazu nicht mehr. Wie gesagt. Gestern hat sich das angekündigt. Und heute, zack, bumms, hat es mir die Schuhe ausgezogen. Aber volle Gewalt. Ja, Alter. Und die Längenschmerzen. Alter, das ist ja... Ich glaube, ich werde alt. Ey, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich könnte meine Biene abschrauben. Das wäre gesünder. Warten Sie mal bitte. Nee, ich würde das ja aufheben. Nein, aufheben. Nee, und nicht aufbar waren. Tanken will ich ja auch nicht. Hallo. Gut. Erstmal Benzin mal. Ich glaube, erst mal Benzin. Ein wenig Benzin darf sein. Ja, ja. Oh, die Fässer sollte ich mal mitnehmen, ne? Die könnte durchaus ein oder zwei Benzin geben. Ja, ja, ja. Ich bin dann überlegen, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob das noch so gut ist. Ob ich das schaffe. Ob ich, äh, bei der Bücherei nochmal so eine, äh... Buchwerkbank hinstelle, dass ich sehe, was ich brauche für, für gewisse Sachen, wisst ihr? Weil sonst müssten wir ja dann nochmal durchpesen. Nein, nein, nein. Das will die Kami nicht. Alter, ich... Bin an Ölen. Mal zurück. Ja, ich will doch. Aber... Ja, jetzt geht's. Kann ich das? Nee, das geht so nicht. Hm. Jetzt muss ich wieder warten. Kann ich jetzt wieder zurück? So ein bisschen fregeln? Nee, Mädel. Du bist zu schwer. Ach, geht doch. Geht doch. So. Jetzt geht's los. Steig auf, Mädel. Wir haben hier so viele Zeit. Es ist 20 Uhr. Du, Munition habe ich ja schon hergestellt. Ja, ja. Das ist hart. Es wäre schön, ein Buch der Knechtschaft zu finden. Wieso jetzt? Knechtschaft. Gehen sie aus dem Weg. So, warten sie mal. Hier ist ja... War hier? War da? Ob das da? Nee, sieg jetzt nicht. Warte mal. Ach, nee. Oh, nee. Ja, kein Benzin. Was machst du denn da? Irgendwie... Hm. Sagen sie mal, kann ich mir eine Werkbank bauen, dass ich mir das Öl auseinander zwirbeln kann? Dass ich hier vielleicht eventuell... Das brauchte. Und da... Nein. Es sei... Warten sie mal. Die Häuslichkeiten haben sowas. Also rein theoretisch könnten sie sowas haben. Mir lüftet Wasser. Ich werd nasser. Bombasa. Keine Ahnung. Ja, warte mal. Mann, ich brauch das doch. Kannst du doch nicht machen. Bin zu? Oh, nee. Nee, jetzt echt. Oh, nein. Ja. Ich steh mir oft selbst im Weg. Mensch, Püppi, mach doch mal eine. Wer ist denn noch zeitig? Oh, ja, 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 ja. Ich glaub, das wird heute, wie gesagt, keine lange vorher. Eine Wehleidigkeit. Haha. Nee, nee, nee. Du willst jetzt nicht rennen. Genau. Also, ich will nicht brennen. So. Hallo, renn doch nicht weg, Mann. Ich will nicht laufen. Was sei denn? So. Hm. Alter, und dann hab ich hier so ein Woll-Dings an hier. Ich öle in meine eigene Suppe. Ei, 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 ei. Das ist nicht gut. Naja, ihr müsstet ja nicht sehen. So, ähm. Ja, nee. Jetzt fehlen uns immer noch hier Ener. Ach, Mann. Oh, hier ist das Hotel. Das ist eigentlich das, was ich gesucht hab. War das hier mit den Büchern? Das könnte sein, ne? Nee, das war Nahrung, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden's rausfinden. Ja, das hab ich mir gedacht. Da man mich letztes Mal Lebensenergie holt. Hallo, Sie. Haben Sie ne Kiste? Nicht jeweilttätig werden. Jetzt muss ich hoch jeweilttätig werden. Das ist ja... Warte mal, ich muss was. Oh. Präsente. Hat die jetzt mein Präsent geklaut? Frechdachs. Dat prangereg an. Sag mal. Geil. Seidit. Ui, 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 ui. Hier wird ne Strenseine, ne? Ne, ein Seil ist hier drin, ne? Ne, das brauche ich gar nicht. Ich will euer Akin Seil. Kommen Sie mal bitte raus. Alle Bäder. Ich will nämlich die Kiste. Oh. Hallo, Sie. Hängen Sie fest, oder wat? Das ist ja mal komisch. Kann ich auch nicht. Doch, jetzt ist es schon. Na? Ich hab keine Angst, aber... Mädel, kannst du mal übernehmen, mon ami? Oder auch nicht. Ich schaff das doch alleine. Ich schaff das schon. So, Stoff. Seine Nägel. Wat ist dit für ne Verarsche? Wat soll dit? Ich glaube... Ich werde nicht das bekommen, was ich haben will. Irgendwat sagt mir dit. Irgendwo ist der Busch drinnen vergraben. Hä? Was? Hallo, Sie? Darf ich mal rinkommen? Ich muss nämlich mal kurz hier... Wissen Sie? Haben Sie ne Kiste? Ne Kiste, hat er gesagt. Hallo? Oh, nicht schon wieder. Du alte, kleine Plumpsku. Ich dachte mir das nicht. Oh, oh. Ja, ja. Eigenschuld. Jetzt musstest du mal leiden. Ey, sie blockiert den nicht. Oh, der tut mir immer leid. So, jetzt kannst du. Ich meinte, jetzt kannst du. Vermöbel den! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Aber lass mich mal bitte rin. Oder auch nicht. Mann, Mädel! Du stehst in der Schussrichtung. Wat soll dit? Der das nicht das, was ich haben will? Doch, der das das, was ich haben will. Münzen! Wer in Münzen? Na, ich glaube wir können langsam nach Hause, wa? Dit wird nischt. Dat wird nischt! Musik nächstes Mal nochmal. Lospesen. Ist ja gleich horde. Ah. Schön wäre jetzt, wenn ich mir eine Werkbank gebaut hätte haben können. Tut und Teten. Dann wären wir nämlich zwei Meter weitergekommen. Achso, sie liegt auf dem Boden. Kann ich doch nicht wissen. Sie sagt ja nischt. Sie ist ja total still. Also wir werden heute noch die Horde durchziehen und dann mache ich Feierabend. Hä? Das kann ich mir. Ja, ja. So schnell kann ich ja nicht trinken. Übrigens, ich hab trinken da. Ich hab ein Tee mit Zitrone. Und Honig. Klaret. War mit Tee. Oh je. Sorry, tut mir leid. Oh, Junge. Tutu tutu. Warum ist der Weg so weit? Ich brauche doch nur noch ein Holz. Ein wunderschönes Holz. Könnte ich das haben? Dann könnte ich nämlich... Überzeugtet. Können sie mir das mal erklären? Oh, da ist eine Kiste. Das könnte sein. Ich sollte jetzt nicht treten. Gehe jetzt zu zwei Meter zurück. Dann kann sie springen. Und ich kann die Kiste nehmen. Mädel, ich kümmere dich mal darum. Ich bin an Sachen machen. Nein, schon wieder ein Brett. Och, nö. Leider nicht das hier bekommen, was ich haben wollte. Schade. Oh. Das ist auch nice. Niceer Scheiß. Warten Sie mal. Jetzt muss ich erst mal kicken hier. Könnten Sie noch mal... Wo sind Sie denn? Hallo, Sie? Nein, komm mal her. Renn nicht weg. Ja, ja. So. Ich muss noch Sachen machen. Oh, Gold. Gold, richtig. Auf jeden Fall können wir uns die Bienenbücher kaufen. So, aber jetzt brauche ich erst mal Benzin. Wie gesagt, deswegen wollte ich ja eigentlich die Sachen hier auseinandernehmen, dass ich vielleicht so was bekomme. Aber anscheinend nicht. Gegenglück. Oh, nee. Machen Sie das mal nicht. Puh. Halt. Warte, sind Sie da? Ein Schwert. Ein Lumpbiert-Schwert. Warten Sie mal. Mein Auge brennt. Äh, so brennenderweise, weil... ...Schwitz rinnen gekriegt. Oh, der ist weg. Oh, nee, nee, nee. Mach das mal nicht. Nein! Blöd, Mann, du Blöder. Hat sie gerade irgendwann kaputt gemacht, weil die kamen wollte? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte doch nur eine Kiste. Mann, mach doch mal hin, Mädel. Ich hab doch nicht so viel Zeit. Wir haben 21 Uhr. Eigentlich müssen wir schon unterwegs nach Hause sein, aber ich kann das nicht, weil ich kein Holz hab hier. Ja, eigentlich könnte ich die Karre stehen lassen. Das könnte, äh... ...so ein Ding sein. Moment mal, hast du... Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ähm... Nö. Die geht's auch nicht haben. Na, ich geh jetzt langsam. Ach, wisst ihr was? Scheiß, doch, weh in der Hose. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Das geht so nicht. Was soll das? Hier, warten sie mal. Ähm... Nee. Wollt eigentlich da rinnen? Nee, da wollte ich auch nicht... Da wollte ich rinnen. So. Ja, ja. So. Jetzt. Zack. Zack. Aber die Sachen kannst du ja nicht auseinandernehmen. Genau, kannst du nehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee von dir gewesen. Ach, Junge, Junge. So, ab nach Hause. Wo ist denn die zu Hause da? Da muss ich lang. Wie sind die so schnell rausgekommen? Hä? Da lang. Dolong. Das sind ja schon zwei Zentimeter, die ich jetzt loben muss, wa? Die sind mal richtig gut. Es sei, ich finde ein Auto. So, da sind Fässer, da ist ein Auto, aber das, glaube ich, habe ich schon. Das habe ich schon. Da wird kein Holz drinnen sein, ne? Nö. Plastik. Nö, doch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen. Aber nö. Nö, nö. Ja. Ich glaube, dass es eine von die so an die herankommt. So horntechnischerweise. Ja, Benzin. Keine Zeit, Mädels. Wir müssen jetzt hinmachen. Meter. Und anhalten unterwegs. So. Ja gut, mit vier Benzin wäre ich richtig weit gekommen, wa? Also mindestens. Das wird genau... Nee, 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 nee. Warte mal, ich muss ja erstmal tanken. Die ganzen vier Benzin müssen ja da erstmal rin. Wahrscheinlich kann ich hier immer wenden und dann ist der Motor aus. Oh, da hinten ist noch ein Auto. Ach, schon, Juck. Sorry. Hab ich's nie gesagt? Ich hasse mich. Wenn das manchmal stimmt. Mann, 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 Mann. Alter, wir haben 21 Uhr. So langsam sollte ich dann doch mal so... ein bisschen Fersen hier halt geben. Oh, warten Sie mal. Schmackofatz, warte mal. Äh, so. So. Und der Benzin raus. Fünf Benzin. Jetzt da nochmal fünf, dann haben wir zehn und dann ist es gut. Das war eigentlich bloß so geschätzt. Äh, warten Sie mal. Äh, was schmeiß ich denn jetzt weg? Ja, Mädel, warte mal. Ich muss jetzt überlegen. Ich nehme die Nahrung mit. Das könnte ich zwar auseinandernehmen, aber... Nö. Nö, nö. Alter. Äh, äh, gut. Äh. Ihr könntet euch zeigen, aber das will ich euch nicht zeigen. Alter, ich sehe aus, als ob ich geduscht habe. Äh. Ach so. Latsch. Rrrr. Los, auf mit dir, Mädel. Ich hab gedacht, ich shoppelt noch. Ja, ja. Manchmal nie so ein Zeck weg. So, da. Da sind ja auch wieder zwei, drei Autos. Da ist ein Bus. Bus ist immer gut. Bus hat mehr Benzin. So. Ach so. Ja, ja, ja. Du kannst nicht looten, was du schon gelootet hast. Das geht so nicht. Oh, nochmal fünf. Kommen wir zu viel Zentimeter weiter. Oh, tut mir leid. Keine Zeit. Das ging ja schnell. Das ist wie die Gonzalez. Oder den Tomtong. Ach. So, da zwei Busse. Das wird uns nach Hause bringen. Das wird uns nach... Wie jetzt bloß filmen wir? Ich hab jetzt gedacht, es gibt mehr. In der Reihe. Was soll das? Mädel. Ich brauch Schutz. Schütze mich. Wunderbarer Schutz. Der mich gerade... Weil vorbeilogen. In der Kneipe. Dreck ja der. So, gar nicht. Oh, siebst du. Ich glaube, wir können jetzt nach Hause. Wo bist du denn? Ach so, du bist schon drauf? Alter, ich hab's nie geschickt. Na denn... Nein, nicht abreisen. Ich wollte doch nur Benzin. Vier. Mädel, kümmere dich nicht mal drum. So. Lass. Ich mach schon. Lass mal die... Hast du die Garde? Könntest du mal bitte die Karriens lassen? Die brauchen wir noch. Hier sind noch keine Bikine bauen. Ja? Es wäre nicht, wenn du die sein lassen würdest. Na, da bin ich ja mal gespannt. Erst mal nicht mehr nachfüllen müssen. Ist doch schon gut. Die fällt mir. Oh, junge, junge, junge. Tee. Kabin, Tee. So. Wir haben uns jetzt hier erreicht. Mann, ist es dunkel. Voll finster, die Sache. So. Auf jeden Fall, die nächste Tour haben wir dann wieder ein bisschen mehr Benzin. Ich hab mir jetzt hier noch besser gesammelt. Ja, gut. Hier noch. Ist doch eine Auslegungssache, ne? Aber so einst wie ein Stück haben wir. Tü, 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 tü. So, wie sieht's aus? Ah, viertel voll. Es war noch nicht so ganz. Es war noch nicht so ganz voll. Hab ich das richtig gesehen. Naja, gut. Zwei Balken fehlen. Und sind ja bloß zwei hier so, ne? Also, aufgewertet ist. Gefüllt sind die auch. Also, erst gefüllt und... Ja, gut. Könnte ein bisschen mehr sein, wa? Aber ich hab doch nicht mehr... Doch, kann ich. Ich hab doch jetzt Bretter hingesammelt. Oh, ja. Bretter. Die hab ich hier gegeben, ne? Ja, hab ich. Mädel, kannst du nochmal kommen? Ich hab dir Sachen... Ich hab dir Sachen gegeben, die wir schon gerne wieder haben. Äh, und, äh... Du könntest vielleicht hier stehen bleiben. Ich will ja nicht, dass du runterrennst. Das wäre nicht so gut. Ich hab gedacht, das ist mehr. Ja, gut. Haben und brauchen, ne? So, na denn. Machen wir das auch. Machen wir nochmal ein bisschen was. Was du heute kannst besorgen... Mach doch lieber am Rogen. Oder so. Gut. Also. Herstellen. Inventar ist voll. Na, das ist ja mal doof. Warten Sie mal. Game Build Time. Hab ein paar Sachen mit einsammelt. 60. Sag mal, wenn ich das jetzt hier eine Keulerin hebe, Keule? Nee. Nee, nee. Ist schon klar, dass das hier mehr bringt. Einfach zu jetzt. Ja, Knochenbotten. Das wollte ich. Uh. Das ist das, was ich haben wollte. Grüne Knochenbotten. Ich glaube, ich habe einen neuen Helm. Oh, ja. Ist ja goldig. So, na, dann machen wir erst mal Munition. Munition. Oh, schön. 450. Hab ich das richtig gesehen? Ich glaube, ja. Äh. Ach so. Ist voll. Ist ja voll. Ist so wenig drin. Nee, hier ist ja auch nochmal ein Profil gewesen. Ja, gut. 700 und 1000. Ich würde mal sagen, für die Horde sollte das reichen, oder? Es werden ja nicht gleich 1000 Stück kommen. So, jetzt werde ich jetzt mal Sachen reparieren. Was der Kabin auch machen sollte. Weil da sind sehr, sehr viele Sachen. Äh. Schritte. Jetzt. Ich habe nichts mehr. Das stimmt nicht ganz. Ähm. Genau. I'm so sorry. So, reparieren. Chios. Oh, das sind ja die. Äh, die Chios mache ich noch nicht, ne? Wegen Waffe mäßig. Dass ich das auch noch aufwerten kann. Ähm. Ja, da waren es meine drei Probleme. Aber warten Sie mal. Ich kann mir ja welche herstellen. So ist es ja nicht. Wo sind sie denn? Ich habe gedacht... Moment mal. Da, ne? Ja, da sind sie. Äh, Kohle. Ja, gut. Genau das habe ich. Äh, nicht Kohle. Naja, gut. Wie später macht es? 22 Uhr. Ähm. Ich mache mal kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So. Reparieren kann ich. Bist du auch so viel riecht? Ähm. Oh, ich gehe schon mal hier rüber. Warte mal. Ich esse nochmal schnell was. Ja. Denn es ist nämlich hoch voll. Aber ich kriege langsam glübige Schuttelfrost. Ist nicht gut. Es kann aber auch bloß so eine Wochenendkrankheit sein. Gut, wir haben Montag. Bricht ein bisschen dagegen. Aber ist nicht so schlimm. Äh. Äh. Es geht gleich los. Ich kriege es exaktiert auch sehr oft. Aber es ist ja so. Ich mache jetzt an. Mach ich jetzt an. Ich mache jetzt an. Mach ich? Mach ich. Los. An. Zack. Bums. Könnt ihr es mal bitte umschalten? Weil ich habe da schon zwei weg. Also nicht zwei weg. Sondern die haben von Anfang an gefehlt. Hallo Spiel. Könnten sie sich mal ein bisschen beeilen? Das Schöne ist jetzt. Die müssen jetzt hier lang. Also wie gesagt. Jetzt ist es ja richtig so. Also die werden auch hier geschreddert. Ihr schreddert. Jetzt geht es los. Juhu. Bin aufgeregt. Und vorbei. So. Na denn. Der Doof ist jetzt. Wenn die jetzt von da kommen. Ich muss da drüben zumachen. Weil sonst doof. Muss ich hinten zumachen. Und hier. Dass die nicht hier rumlofen. Äh. Rinnlofen. Weil der wird jetzt da gegenballern. Ne? Ich glaube mal. Ja. Hallo. Was ist los? Was soll das? Dürfen wir noch vorbei? Darf ich nicht? Warum darf ich denn nicht? Da ist nichts. Da kommen sie. Endlich. Bitte langsam Zeitmann. Alles so ein bisschen Verspätung oder was? Alles in der Reinigung. Da sind die Feuerfuzzis. Es wäre schön, wenn du die zuerst nehmen tust. Naja. Ja, gut. Er war stets bemüht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die da durchlochen und so wie es sein will. Also rein theoretisch ist hier noch Platz. Ja. Mach's kaputt. Ja. Ja, ja. Darum. Jetzt ist tot. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt, äh, ja, ist tot. Kaputt. Aber es funktioniert. Der will da lang und wollte dann da so, ne? Das ist genau so, wie es sein würde. Wie ist das ich irgendwie machen muss? Aber da habe ich jetzt nicht wie es hat. Äh. Hallo. Was ist denn jetzt? Er will da nicht. Er kann sich nie entscheiden. Hä? Geht doch. Ich wollte nachladen und er hat gesagt, nee. Gezöntel. Ich muss. Ich muss weg. Schönen guten Tag. Na? Schön entspannt, ach? Löst doch. Hi, der Witzgang. Wie gesagt, jetzt hat er dann nach vorne noch irgendwie einen Schocken. Aber dazu brauche ich dann nochmal, äh, äh, den anderen Kartoffelschip. Hier, Quantenschip. Den muss ich jetzt mal freischalten. Ne? Erstmal die Notwahl, ne? Ja, 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 ja. Blüht doch. Alles Knorkel. Und wie ich sag, er kann nicht so ganz, äh, laden. Aber sie? Ich geh mal wieder runter. Boah, das ist für mich besser. Äh, ja, kannst du mal... Ja, genau, mach den mal weg. Ja, genau. Nein, das ist ein Standfeiler, ne? Warum startet er sich denn da vorne? Das soll ich noch kurz? Also, die können alle da durch. Sollte keine Probleme nehmen. Tja. Und da hat's Bumms gemacht. Wie gesagt, da muss irgendwie eine Ladung, äh, reparierdings, muss da oben hoch. Hallo, Sini, na? Hier jetzt. Darf ich nochmal hier nach hinten, weil ich wurde rangezogen. Mal los. Mann, lasst das doch mal. Die kennen uns doch mal hier an. Das ist aber auch nichts hier zum, äh, freimachen, ne? Jetzt, ja. Jetzt runter und danach nahen. Geht doch. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Ja, ja. Ich muss Sachen halten. Dankeschön. Sehr liebens hier, witzig. Jetzt muss ich jetzt mal den Lieblings-Nagibel annehmen, ne? Ich glaube, das wäre ja nie so wach, ja. So. Nein, nein, nein. Ich muss mich auch hier rum, ich bin nicht zu schwach. Nee, nein. Schön. So, was sagst du? Alter, da fehlt ja fast gar nichts. Da fehlt ja fast gar nichts. Das ist ja mal schnick. So. Ihr sagt, wie ist es denn da oben hinbauen? Strommäßig und, äh, Ballisten und so. Und Raketen. Äh, wie ihr sagt, denn Giants kommen oder so von da oben? Das sollte funktionieren. Weile Bahn. Und zwar in allen Richtungen. Ich glaube, das ist gut. Aber wandte ihn. Das gab doch von uns geschossen oder was hier? Ich schieße ich zurück. Ja, das kann ich. Das ist regelndet. Und da hat's Bums gemacht. Äh, der ist noch nie mal angegriffen. Die kommen noch nicht mal bis dahin. Naja, jedenfalls haben wir jetzt die 6. Runde. Nee, 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 Junge. Lasst es mal. Machen wir hier nichts kaputt. Ups, wo schießt der Ding? La, la, la. So. Nachladen. Gut, ist noch ja nicht nötig. Ja, wie gesagt, die Spikes sind ja noch nicht oben. Aber solange ich die Möglichkeit habe, mach ich bitte. Hallo? Ich wollte eigentlich jetzt sogar da... Ich kann das nicht aufwerten. Hab ich kein Holz mehr, oder was? Ist das alles weg? Kann doch ja nicht sein. Nee. Da ist noch was. Warum kann ich die Pendelze nie laden, technischerweise? Weil sie wahrscheinlich voll sind, Kabi. Ja, ja. So, wir haben's immer noch null. Oh, was ist denn los? Aua. Ist doch doch mich geschossen. Oh ja. Du, Schreckel, du. Ich will nicht boh, Schreckel. Okay. Uiuiui. Uiuiui. Hust, hust. Nein, 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 nein. Müsste ja fast Richtung 1 Uhr gehen, ne? Ich glaube schon. Ach ja. So. Bist du ja, die Batterien sind eigentlich noch... Gut. Alter, bo... Ich würde es heute nicht da hinlassen. Oh, ja. Siehste? Nein. Kett ihn fast ja hart. Aber es sollte nicht sein. Sauerei. Ah, der ist schon kaputt. Den hat es zerledert. So wie weit kommst du? Nicht so weit. Blüft. Blüft hoch. Ja, wie gesagt. Bring mal noch eine Batterie hin. Noch zwei Solarpanels. Oder so weit in die Richtung. Und dann werden wir mal das Altio. Ja. Was los? Was? Was? Was ist da? Cotton oder was hier? Bist du nicht weit gekommen? Oh, ein Uhr. Es ist ein Uhr. Aber rein theoretisch müsste ich das doch eigentlich aufwerten können. Ah, siehste? Öp. So. Er ist ein Jogos. Wieder ein. Jogos. Sind die die Letzten oder was? Ne, kann nicht sein, ne? Äh, warten sie mal. Der will da Sachen machen. Böse Sachen. Oh, die doch nicht. Ich wollt grad sagen. Schönen Tag. Na, wie geht's? Keine Munition. Ist aber nicht so schlimm. Das krieg ich auch so hin. Haha. Darf der mich einfach runterziehen? Warum darf da denn schon Giant sein? Das ist ein Problem. Hallo, sie. Moins. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Rette sich, wer kann. Ja, sie gehen. Giant und der macht alles gleich kaputt. Den hab ich nicht gesehen. Du, ich komm auch alleine. Braust du nicht. Muss ganz schnell da hoch. Ganz schnell da hoch. Oh. Ja, gut. Nicht so gut. Wo bin ich denn jetzt schon, Willa? An unserer alten Base. Oh, nee. Hab ich noch keine Penny gebaut bei der alten Base? Dat ist jetzt maximal bescheiden. Dat ist nicht gut. Dat ist nicht gut. 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 Das heißt, wir müssen jetzt 20.000 Trillionen Kilometer zurücklaufen. Und dat durch de Wüste. Naja, jut, wa? So, na denn. Ich glaube, ich sehe... Ich sehe noch 1,2 Balken. Ja, ich sehe noch welche. Jawohl. Oh ja, dat geht aber noch. Na ja. Wie gesagt, später. Nee, doch. Kann ich jetzt nicht machen. Ich hab ja doch alles noch mit bei. So. Der Respawn wurde gesetzt. Dat ist gesetzt. Warte mal, dann mach ich erstmal Reparatur. Die werden ja jetzt erstmal eine Weile brauchen, bis sie hier sind. Also, bis sie hier sind. Hey, dann werden sie alle konzentriert hierher kommen. Richtig nice. Oh, die sind schon da. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es wäre aber cool, wenn du den Giant anvisieren tust, ne? Also, das wäre schon voll Knorke. Wie gesagt. Der muss weg. So, warte mal. Ich kann ja endlich hier hoch. Und dann kann ich ja versuchen, mit Wolzen zu penetrieren. Los an. Also. Das wird's bringen. Der will ja zu uns, ne? Also. Ich hab sein Herz hier trocken. Ja, okay. Okay. Kannst du den mal, äh, triffst du den? Ja? Machst du wat? Den machen wir doch platt. Nee, nee. Platt. Platon. Der kann da hochloven. Warum kann der dit? Äh, warte mal. Das wäre eigentlich ja nicht so schlecht gewesen, wenn der da drin gelaufen wär. Ähm, ähm. Er ist tot. Ich hab mal ausgenockt. Der originalen nix können, der. Gut, der ist schon mal wenigstens weg. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Fehler wurden ja korrigiert. So, warte mal. Ähm. Wie sieht's denn eigentlich aus? Reparatur? Der hat ja fast die Harnisch abgekriegt. Also, der hat schon was abgekriegt, aber... Der hat ja fast hergedrückt. So. Müsste ich jetzt eh mal sterben, ne? Wo ist die denn? Haben wir hier irgendwas? Die haben da weise. Töten sie uns mal. Ja, muss ich ja machen. Wie gesagt. Die ist ja, weiß ich wo. Schneller. Ja, damit muss ich leben. So. Wiederbelebungsgut. Geht doch. Stehen so. Nee, nee, bleib. Ich hoffe nicht, dass die jetzt... Ja, die steht da oben drauf. Findest mir auch recht. Wo seid ihr denn jetzt? Ach so. Äh, ich sollte erst mal Lebensenergie nehmen, ne? Hä? Warum sind denn die so kaputt? Ey, warum bist denn du kaputt? Jetzt kommen die ganzen Krabbe an. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir haben's. Ja? Ja? Ja, bis auf eins, wir noch. Ja, da hinten. Ja, gut, war? Man sollte seine Pendel mal aufstellen, ne? Da, was ihr lernt. Also, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, ob morgen vielleicht die nächste Folge kommt. Je nachdem, ob ich will auf dem Dampfer bin oder nicht, ne? Aber geht hier auf jeden Fall weiter. Alter. Alter, halt, 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 halt. Ich geh mal davon aus, dass es schnell weiter geht. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschüüüü.